Anfang der 70er Jahre entstand auf der Schweizer Wiese die Therme am Fuße der imposanten Falkensteinfelsen. Das Thermalwasser, auf das die Bad Herrenalber besonders stolz sind, wurde nach einer aufwendigen Bohrung durch 600 Meter tiefen Granit dem Kurgast erschlossen. Wer beim Sport oder beim Wandern nicht ins Schwitzen gekommen ist, kann es im Saunabereich der Mineralthermen nachholen und sich danach im besonders gesunden Thermalwasser entspannen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020